Ich grüße euch, Freunde, der ist Antitus. Willkommen zu meinem Neujahrsvideo oder zu meinem Silvestervideo, besser gesagt. Ich möchte euch einfach nur ganz kurz ein frohes neues Jahr wünschen. Kommt gut rein und feiert schön. Es wird im neuen Jahr ganz normal weitergehen mit meinem Kanal, mit den ganzen Inhalten, die es darauf gibt. Da wird es keine Veränderungen geben. Am Neujahr werde ich wahrscheinlich kein Video hochladen, weil ich da selber noch erstmal ausschlafen möchte. Und wie schon gesagt, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Kommt gut rein und wir sehen uns dann in alter Frisch wieder im neuen Jahr. Und bis dahin, haut rein. Ciao.